Sooo, Willkommen zu Mark 15! Achso, ja, von Extermination natürlich, ne? Falls sich jemand gefragt hat, wo ich nach dem Mädel sind. Wir spielen nicht. Heidey! Okay. Da war gerade jemand. Hä? Was geht denn jetzt für Schaden? Oh Gott, aber ich hasse offene Cities. Man sieht hier einfach gar nichts. Oh Alter! Use Kaboosh! Geh weg! Klappe! Energieverschwendung! Oh! Na du nana! Wer wird denn da gleich gut umfallen? Das gibt's doch gar nicht. Danke! Eine Melone! Oh! Hallihallo! Was? Alter! Auf die Tretentor zu schießen! Der hat doch gar nicht getan! Sooo! Wir werden wieder wie bei Doom for Doom an... Oder in jedem Haus, das wir erobert haben, im Sturm erobert haben, wollte ich sagen, ne? Ihr kennt mich ja. Werden wir erstmal speichern. Weil diese Map, die suckt richtig ab. Und hat hier einfach so viele Stellen, von wo Monster rauskommen. Die Map war ja schon unter Doom for Doom schwer. Und ich meine, unter Brudel Doom... Für sie zwar in einiger Hinsicht ein bisschen leichter, die Map ist aber an sich halt einfach fucking schwer. Da hat der Entwickler wirklich alles rausgeholt, was er irgendwie rausnehmen konnte. An gemein Ideen. Und ihr seht ja schon alleine dieses ganze Gestrüpp. Es wird die fucking Hölle auf werden. Es wird echt die Achtung Scheiße. Nein, nicht stimmt! Wieso stehst du denn da? Wieso? Hallo? Hallo? Geht doch! Nein, alter, deren... Du kleine Genie! Du kleines Genie! Ähm... Da hinten sind ein paar... Da hinten sind... Da hinten sind... Da hinten sind... Da hinten sind... Ah ja, das sieht gut aus. Gut... Dann gehen wir jetzt mal vor... Ich glaube, wir orientieren uns weiterhin links. Heißt also, ich werde erstmal die umliegenden Häuser... Also die, die sich hier... Also ist ja praktisch hier... Die Straße bildet ja im Kreis. Und wir werden erstmal den äußeren Ring... Sichern... Und dann den inneren Ring. Das macht glaube ich Sinn. Ich werde versuchen hier überall geduckt zu gehen, weil... Wie gesagt, die Leute hier, die schießen von überall. Und das Problem ist... Bei Brutal Doom, die haben natürlich scharfe Munition. Heißt also diese... Ja... Genau das. Wenn sie schießen, schießen sie sofort. Ich komme her. Ich komme her. So... Okay, hier geht es nicht weiter. Oh. Mit... FPS. Das fängt ja nicht so rum, Junge. Du... Du irritiert mich. Grundverschwendung. Ich meine, die Bessette ist übrigens untergegangen. Aber... Man muss ja nicht nur das Grund verbrauchen. Das ist mir hier fast zu ruhig. Was? Was war das denn? Hä? Gefällt der Spiegel? Nein, ich will auf die Toilette schießen. Oh. Er wollte mich retten. Das ist aber die von dir. Hä? Du kleiner Hurt nun! Das habe ich gesehen! Das habe ich gesehen! Also gesehen nicht, aber gemerkt! Gesehen nicht, aber gemerkt! So, hier war... Oh! Hä? Kommt man da raus? Verstehe ich jetzt nicht. Wie soll man denn da rauskommen? Ah, danke schön! Ach! Das war das doch, was ich gerade gehört habe! Fuck! Aber, ja, es war genau das! Oh, Alter! Das ist giftlich! Wie kann man hier denn überall hängen bleiben? Jawoll! Oh! Oh! Hat Videlin... Äh, ne? Hat Videlin jetzt das auch mitgenommen? Bei Doom for Doom? Weit ich gar nicht. Kannst du schon immer? Oder kann man jetzt bei Extermination den neu dazu? Aha! Hello, Motherfucker! Na gut! Weiter im Text! Ach so, erst mal... Ich weiß jetzt nicht, ob ich dich gespeichert hatte, deswegen speichert hätte ich das einfach noch mal... Bevor wir uns hier ins Abenteuer stürzen... Vor allem mit den ganzen Autos... Ich meine, hier sind so viele Autos, ja? Das Problem ist, dass die Autos für uns selber auch eine Falle werden können! Auf wen schießt ihr denn? Mach mal nicht das Horn kaputt! Der war teuer! So geht das! Bitteschön! Immer wieder gern! Bitteschön! Oh! 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 Wie komm ich hier hin? Ähm... Gut, hier... Oh, kack, aber was noch denn da? Oh! Von da hinten werde ich beschossen... Gut... Ich komm mich aber erst mal um die hier... Und die ist jetzt ne akutere Gefahr für mich... So, jetzt kann ich nämlich hier hin und dann... gehen wir mal weiter... Ähm... Also, wenn ich sehen könnte... Ach ja, die ist sicher, hier war ja was! Fuck! Aha! Geil! Also, doch ein Panzer! Das war ja das, wo bei uns letztens dieses Ausrufezeichen war! Fuck! 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 Hau ruck! Ja, leck mich! Oh! Secret! Von wegen Secret! Das ist Motherfucking Secret! Und jetzt mit! Stand by! Feierkanonen... Shagun... Okay... Mhm... 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 What? Wann wurde er? Hallo? Schießt ihr nicht auf mich? aaaaaaaaaah was ist denn jetzt, wenn es in Strafen rennt wait 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 Was ist denn das, hier Phat, ich will raus Hailes Digga, was geht hier ab? Okay, ich geh nicht in den Panzer. Der ist mir zu heftig. Nein, 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 nein. Der ist mir zu abgefragt. Na komm raus. Alter. Okay, da kommen wir nicht vorbei. Ich geh mal hier rum. Boah, Alter. Von wo werden wir noch überall beschossen? Gut. Alter, du brauchst alle von hier auf... Was? Die sind ja doch schon aktiv. Alter, was ist denn das hier für eine Scheiße? Warum fahren denn jetzt hier die ganzen Panzer rum? Ey, das gibt's doch gar nicht. Vielleicht wird das denn machen. Oh Gott. Sagt bloß in dem Moment, als ich hier das Secret betreten habe, habe ich jetzt... Oder sind das hier immer Panzer? Alter, was ist denn das für ein Dreck? Was? Was soll ich denn jetzt machen? Leber sind wir da los. Ach du Kacke, Alter. Ach du Kacke. So, von wo werden wir geschossen? Ich habe schon mal. Oh nein! Oh nu, er hat er! Das ist auch gerade los. Nöööö. Die Map war doch so schon schwierig genug. Jetzt kommen die mir auch noch mit Panzer. Vor allem die kommen auf nichts! Wo kommen die denn jetzt her? Wo starten diese Viecher? Da taucht ja auf nichts auf, oder was? Haben wir hier dahinter gekloppt oder gescheuert? Ich kann sehen, keiner. Sagen wir mal, von, von, hä? Von wo kommen die? Ist das denn hier schon die ganze Zeit? Ja doch, die sind noch die ganze Zeit. Oh Gott. Gut, aber jetzt müssen wir, wo ich hinfahren muss mit dem Team. Oh Gott. Äh, Alter, die können wir sofort! Alter, was ist das? Warum machen die sowas? Alter, was soll ich jetzt noch machen? Äh, jetzt müssen die Ideen her, jetzt müssen die Ideen her, das geht so nicht. Äh, sonst, vor allererst geht man immer in den Ausgangspunkt hier hin. Alles andere ist mir zu kurz und blöd. Nein, nein, nicht neu laden. Äh, quicksave? Achso, ja doch. Hab ich doch richtig gewöhnt. Bin die jetzt noch da hinten? Ja. Ja, Alter, zum Fick, von wegen. Die waren dafür noch nicht. Weil sie wären jetzt schon für noch nicht aufmerksam geworden. Das heißt also, ich muss sie wirklich aktiviert haben, als ich da hinten in den Sieg mitgegangen bin. Alter, das wird doch nichts. Leute! Das wird doch nichts. Was mach ich denn jetzt? Ich hab keine Ahnung, ich hab auch wirklich keine Ahnung. Ich hab echt keinen Plan. Ach Gott. Ach, das wird auch nichts. Mit Feuer kann ich die Dinger hoffentlich effektiv bekämpfen. Es sind ja gleich zwei. Kann ich vergessen, ich hab denen kein bisschen Schatz zugefügt. Okay, Leute. Das... Was soll ich jetzt machen? Was soll ich jetzt machen? Alter, ich hab keinen Plan. Komm, lass mich in Ruhe. Also... Das hier wird doch richtig abgefuckte Lab. Das hier wird doch nicht. Alter, die haben 9000 Leben? Wie haben die fucking Twitter 9000 Leben? Alter, ich hab noch 100% Leben. Wo ist der andere? Alter, es wird doch nichts. Ich bin tot. Wow, wie viel schade ich ihm mache. Es ist ein... Ich hab... Nein! Es macht einfach keinen Sinn. Wie viel fließt? Was ist denn der jetzt? Oh man ja. Das, was ich noch losfahre... Keine Ahnung, ob sie mich sofort hören, oder... Ich hab keine Ahnung, ich will da gar nicht mehr nachdenken. Das macht mir einfach keinen Sinn mehr Ganz ehrlich, nein Das macht einfach keinen Sinn mehr Ich habe keinen Plan, warum da gleich zwei kommen Würde ich einen Panzer finden Und ich habe keinen Plan, warum mein Panzer nur 2000 ausfällt Die 9000 Und ich habe keinen Plan, was ich überhaupt hier machen soll Und die kommen beide direkt zu mir Jetzt, was, 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 nein Ich f*** deine Oma Ich f*** sie hart Gut, also macht uns schon mal darauf gefasst Ich glaube, ich werde die Mets gleich neu laden Und zwar richtig neu laden Weil das wird so nichts Das kann ich direkt vergessen Ich hatte irgendwie schon auf diese Panzerfahrt gefreut gehabt Aber Das ist hier keine Panzerfahrt, das ist ein Himmelfahrtkommando Wo sind sie denn jetzt? Also gar nicht mehr Oh, komm, komm Nein, 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 nein Nein 10 asking 10 20 20 21 23 21 22 21 22 23 Wo ist der andere denn? Alter, ich sehe das ist vorher nichts mehr. Okay, also wir haben es wie auch mal geschafft, der Pass hat mir also letztendlich gar nichts gebracht, weil er hat noch genau 150 Leben, das ist genau gar nichts. Ja, freundlich, kannst du den Arsch ficken, leck mich doch, Alter, sag ich dein Ernst hier. Hochjagen kann ich ihn also auch nicht, okay, ich bin noch mal weiter ohne Panzer, das ist traurig, es ist echt traurig, aber gut, was würdest du machen? Also lieber für Gate Mark IV, diese Idee war echt beschissen. Dann lass uns mit dem Panzer, wir sind gleich ganz weg, dazu ist uns allen ganz großen Gefallen. Ich habe jetzt hier die ganzen Autos weggeräumt. Ach, der Kumpel ist natürlich auch weg. Oh Gott, Alter, das war echt billig, das war wirklich billig. Jetzt bin ich richtig frustriert. Gut, okay, Panzer ist weg, jetzt können wir wieder nochmal weiterspielen, und zwar linksrum. Hier waren wir, stehen geblieben, vor dem kleinen, ich sag jetzt mal, Malheur. Wow, mein, 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 gut. Gut, ähm, ich, oh, Alter. Oh, Alter, das lief doch gar an, ja, komm. Oh, Alter! Das war's. ok deswegen sollte man niemals mit dem lehrmagazin speichern oh aber alter bitten wollte ich den beruhig über den stoff im wahlpunkt mit dem punktfaktor und den romseffekt so Jetzt nicht im inneren Kreis, die wollte ich doch noch gar nicht hin. Ich wollte erst mal außen sichern. Ach ja, ich bin da hingegangen, weil sie mich erschossen haben. Also nicht erschossen haben, er hätte auch erschossen haben. Aber weil sie von da aus mich geschossen haben. Ich korrigiere, weil sie immer noch auf mich schießen. Von wo diesmal? Ja, ich habe keine Ahnung. Ich höre sie doch, ich sehe... Ach, von da. Alter, jetzt sehe ich schon wieder nichts. Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Oh Gott! So, das hacken wir. Kann ich mich hier verstecken? Sind da viele? Mir wird's auf einer einziger. So, was hätten wir? Warum entdeckst du eine Tür in der Luft? Achso, die ist ja treffend. Okay, das macht Sinn. Oh ja, warum denn? Ach, da wieso schieße ich auf den Zaun? Ich wusste gar nicht, dass ich die Autos-Aim habe. Hmm, gut, hier habe ich jetzt keins, doch halt unten zu fahren. Also ich erwische die Fücher oben, vielleicht aber jetzt hätte ich hier unten in den Zaun. Was ist mit dieser Mettung falsch? Das macht so überhaupt keinen Sinn. Ich meine, klar, Brutel Doom 21 ist noch nicht die finale Version, aber es ist immerhin ein Release-Kandidat. Dafür hat es echt noch ganz schön viele Macken. Jaaa! Irgendwie mal eine fucking Kettendinger. Ach so, ich war jetzt mit dem Hörer genau. Alter, ich kriege hier gleich mein Stanzbein. Ich kann das. Ich kann das. Ich kann das. So, so sieht man schon mal das. Wer hängt denn jetzt so viele Pfannen in den Kleiderschrank auf? So, das war das Haus. Hier ist die Garage. Passiert erstmal gar nichts. Interessant. Aber gut. Hey, die war ich auch gerade drin. Ja, war ich auch gerade. So, dann kommt jetzt das Haus hier. Kommt er mit rein. Alle da. Lass die mich jedes Mal erwischen. Danke. Ah, das war schon eine Verschwendung, schön, dass wir es mal zu spät machen. Ich denke, das war genau 0, nichts oder vielmehr 0,35. Na komm. So, dann geh mal langsam rein, das heißt also, ich muss nach... hier, glaube ich. Genau. Okay. 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 Das hätten wir. Ah, komm. Was? was somit der karte war jetzt ganz schnell in den blauen ding rein auf die packe ach man ey das ist ja nett ja ja ist klar ist klar na komm jetzt machen wir schon freundlich kann ich wie gesagt nicht halt also platz hier befangen na gut hier kann ich schon mal raus na gut hier kann ich schon mal raus was zur hölle was ist das denn jetzt hier schon wieder ihr habt doch alle ne macke oder ist da jetzt ein witz na jetzt kann man doch nicht ernst nehmen komm an ja komm danke ja ich hab keine Lust mehr ja 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 jetzt Trainer ma ja 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 wir ja Ich verstehe schon, warum das genau läuft. Einfach ein bisschen rumrennen, das hält jemand fett. 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 Und zwar hier. Ach Gott. Scheiße. Ist schon traurig, wenn die gesamte Map nur daraus besteht, sich irgendwo zu verstecken oder rumzurennen. Ich weiß nicht. Irgendwie ist das alles nicht mal das wahre. Mit der Map hat der Gatemark irgendwie etwas übertrieben. Wo ist denn jetzt eigentlich dieser Cyberdemon? Wo ist denn jetzt eigentlich dieser Cyberdemon? Ich würde es auch nicht wissen. Ich würde es auch nicht wissen. Ich würde es auch nicht wissen. Weil solange ich einen bekämpfen würde, würden die anderen dazukommen. Ja, das ist Bullshit. Das ist richtig Bullshit. Also ich würde jetzt noch eine Ehrenrunde drehen. Äh, noch zwei Ehrenrunden. Okay. Gut. Wenn die Map auch zu langweilig wird, der kann einfach schon abschalten. Die Map wird nicht mehr spannender. Die Map hat komplett verschissen. Von der erwarte ich jetzt gar nichts mehr. Ganz ehrlich. Bei so vielen ultrastarken Monstern kann man einfach nicht mehr machen. Wo ist die ganze Zeit so diesen komischen Panzerflüchten? Ich weiß nur, warum das der Panzer ist. Und dadurch, dass ich die ganze Zeit flüchten muss, kann ich nicht kämpfen. Weil, wenn ich kämpfe, bin ich an einem Ort. Alter, leck ich mich doch. Jetzt kommen wir noch aus. Jetzt kommen wir noch aus. Ah, nach einer Ehrenrunde. Und da, wenn ich dannste, dass ich da nicht möchte. Also schauen wir uns mal vor. Und da bin ich noch einmal, ich war nicht mal vor. Also, da sind wir noch aus. Und da, ich würde mich nicht mal vor, das ist, was wir hier auch gehen. Und da ist das hier und da bist du. Und da sind, ich bin kurz... Und da, ich bin mehr vor. Und da hab. Dann kommt einfach auf. Und dort. Und da, ich bin hier. Und da. Und da, ich bin, bin da. Wollten wir nicht so genug Stattelgewinner hatten? Wollten wir ihn? Kein, oder? Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020